hallo herzlich willkommen zurück zu obwohl jetzt sind wir ja eigentlich wenn wir gleich da rausgehen da sind wir ja eigentlich in der schlucht in the hole canyon canyon was war das das war die tür bewegt ja die geht hinter uns immer ganz auf dann wenn wir durchgehen ja das ist so ein bewegungsmelder glaube ich ja ist klar dass die kann die beiden ja bekannt für ach guck ich glaube hier waren wir schon mal ja falls sich übrigens jemand wundert dass heute in meiner folge nur noch lausiges lausige 30 fps zu sehen sind ich weiß dieser unterschied ist marginal das ist ein versuch um um zu gucken dass ich dass ich so vielleicht diese soundprobleme ausmerzen kann wir werden mal schauen ob wir in dieser folge irgendwelche probleme davon haben wenn nicht bleibt es so ich denke damit können alle leben ja dann ist das wieder möhre qualität ich denke das ist auch besser so sagst du jetzt der möhre qualität was ist das da siehst du dass da ist nach dass ein hammer in im dinges abgebildet was ist das für ein hammer und warum ist es schon wieder nacht das ist unter tage wir sind ja nicht mehr in der höhle jetzt nicht mehr ich glaube ich glaube ich mache meine fackel an hier ist der der helikopter mit der marie es kommt einem alles sehr bekannt vorne ich höre den dicken wieder an die kummer hier sitzen sie hallo na jungs das ist gut wir brauchten sowieso was zu machen du brennst du brennst oder immer schwere verbrennung die der hat so machen wir uns mittagessen gut ich glaube hier fleißig in den rein und der hey hast du meinen arm geklaut hier liegt noch ein beinchen guck mal der ist sogar schon vorgegart ja das ist aber ich kann nicht mehr beinchen tragen ich auch nicht aha hier ist der hier ist das ärmchen das du nicht mitgenommen hast das werde ich mir nun noch in mein inventar stecken solange es nur das inventar ist alles gut haha können wir vielleicht die sexuellen witze weglassen das ist nicht das ist nicht so dass das ist nicht in ordnung das richtig wir müssen hier nicht mit billigen pupser witzen das ist die die bar aber wieso komme ich hier nicht hoch ich habe das gleiche problem hier aber ja ich glaube da soll ich auch nicht hoch ohne nach das gab eine google ist es lang gegangen von meinem handy ich wusste nicht dass ich auf die google gesagt habe das war sie nicht jetzt hast du es gesagt jetzt habe ich es gesagt und jetzt hat er komischerweise nicht reagiert und start start der soundprobleme geht genau jetzt los also ging eben gerade los als ich start gesagt habe das erste mal also nur für meinen schnittprogramm ich das ist auch gut dann hört man jetzt den regen nicht ja das deswegen macht er das ja ich glaube ja dass wir hier auch nicht weiter kommen du aber ich glaube da kann ich auch wieder halt nächste folge auch wieder auf 60 fps stellen das ist schön guck mal da hinten sind wieder die ganzen ads mhm aber es muss doch hier noch einen anderen weg geben ich weiß dass man dass man da in diesem in diesem tümpel kann man schwimmen ja aber dafür brauchen wir ja richtig dafür brauchen wir diese dafür brauchen wir ja die nicht nicht ne ne die idioten rennen vor den baum äh vor den stein Hab ich denn noch was Schönes für euch? Hm. Ne, leider nicht. Außer hier. Alter, mir ist voll kalt. Mir auch. Wir sollten ein Feuer bauen. Da können wir auch unsere coolen Feuerpfeile dran anstecken. Du musst sie aber anzünden vorher, ne? Ja, das ist anscheinend kein Feuerpfeil. Da musst du erst noch mit Alkohol und Tuch mit dran arbeiten. Indes werde ich uns einmal kreieren. Hä? Eigentlich habe ich Feuerpfeile ausgewählt. Aber ich kann sie nicht anzünden. Er steckt immer nur die Fackel wieder weg. Hm. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Boah, leider nichts anderes zum Werfen. Mann, das ist fies. Ich fühl auch mit Feuerpfeilen. Alter, diese Soundprobleme, die laufen immer noch. Moment, gerade echt durchgehend. Das ist gruselig schlecht. Das ist echt scheiße. Ah, jetzt ist es vorbei. Sehr gut. So, jetzt kriegt er auch wieder Saures hier. Jetzt kann ich aber endlich wieder meine Feuerpfeile anzünden. Wo ist er denn? Die Fackel. Hier unten ist er. Wir müssen, wir müssen morgen bei Tageslicht, müssen wir zusehen, dass wir hier irgendwo einen Weg finden. Ja, aber ich glaube fast nicht, dass wir hier so einfach rauskommen. Wo ist er denn? Oh nein, hat keiner die Ärmchen gegessen? Du hast Ärmchen draufgelegt? Ja, ich habe Ärmchen draufgelegt. Jetzt lege ich nochmal ein Beinchen drauf. Doch, warum lebt denn der immer noch? Was ist mit dem? Aber beschiesse ich den total fleißig mit der Zwille. Ich sehe es. Ich habe gedacht, wir können was bonzen. Wer darf weg von ihm? Ich habe ihn mit dem Stein erzwillt. Ja. Jawohl. Ey los, los, kommt raus da. Kommt raus. Oh, die Beinchen, die Beinchen. Eins habe ich schon gegessen. Du sagst mir aber nix. Au, Major Cannibalism. Super, Major Cannibalism. Jawohl. Dieses Achievement wird da jetzt die ganze Folge rumstehen. Jawohl. Na gut, dann gehen wir runter und hauen auf die Fresse. Ja, warte, ich kann meinen Hunger noch nicht sehen. So, so. Gut, Mörder, sind sie bereit? Ja. So, sind wir bereit. Alter, die Machete geht aber auch gut ab, Mann. Ja, die ist sauschell. Kann man mit der Machete auch... Ja, kann man. Ja, kann man. Man kann das auch hacken. Hacke, die Hacke, die Hacke. Ah, jetzt geht's wieder los. Das ist ein Mist. Das ist mir völlig unverständlich. Jawohl. Oh, Dynamit. Ne, Leuchtfackeln. Oh. Hier ist gar nix drin bei mir. Na doch, hier. Hast du in der Tombola wohl nix gewonnen, Möhre. Möhre. Mh, 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 mh. So. Ein Beinchen fehlt mir, glaube ich, noch, weil... Mh, 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 mh. Das eben hatte sich nämlich verabscheut. Ach ja, stimmt. Äh, hast du, hast du das Rüstungsteil hier gelootet? Ja, hab ich. Von dem Edge? Ja. Super. Ich hab's auch gleich angelegt. Aber das Bein ist schon wieder verschwunden. Ich will mein Bein. So. Und Möhre, hast du schon welche gefunden? Nein, nö. Nö. Ist dir irgendein Licht aufgegangen? Bisher noch nicht. Ich befürchte auch, dass wir durch die Höhle müssen. Aber da können wir doch nicht durch. Da gibt's doch... Da gibt's keinen Weg. Ja, aber hier wird's ja auch keinen gehen. Jetzt kommt langsam. Es gibt immer einen Weg, Möhre. Es muss einen Weg geben. Oh, ich hab einen. Geil. Was? Ja. Und wieso komm ich da nicht hoch? Ich geh jetzt gerade hoch. Was? Ach, das ist ja geil. Wo bist du, Möhre? Du kannst du nicht einfach ohne mich. Arsch. Ach, schade. Das hier ist nicht wirklich ein Weg. Nein. Alter, ich hatte mich eben gerade echt gefreut. Weißt du das? Entschuldigung. Ja, weil hier wirklich hoch... Also... Das seh ich nur nicht. Wir müssen irgendwie wieder... Ich glaub auch runter ist einfacher. Zu seinem ersten... Ding ins Kommen. Zu unserem ersten Häuschen. Jetzt geht's wieder. Ja, aber wie? Da kommen wir nicht hin. Ohne zu sterben. Und dann wär's Quatsch. Okay, hier ist ein Eingang in die Höhle. Ja, aber ich glaub, dafür brauchen wir den Dings. Oder wir versuchen's. Und wenn wir sterben, dann sind wir eben tot. Hm. Möhre. Hm. Gibt es nicht hier... Ich mein, das ist immer... Das können wir immer noch machen mit dem Teich hier. Ja. Dann können wir zum Ende der Folge können wir's versuchen. Durch den Teich. Und wenn wir dann eben sterben, dann sind wir eben gestorben. Was wir wahrscheinlich werden. Dann ist alles weg, wo? Ja, dann ist alles weg. Guck mal, das sieht doch... Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus hier. Guck mal, hier kommst du doch... Irgendwo... Irgendwo wirst du doch wohl hinkommen. Oder nicht? Ja, ja, bitte. Nee, gut. Hier kommst du nirgends hin. Na, ich glaube, wir müssen nochmal durch die Höhle. Ah, du bist ein Schwarzmaler. Ja, was willst du denn in der Höhle? Da gibt's keinen Weg. Es gibt da keinen Weg in der Höhle. Wir sind doch mal irgendwie hier hingekommen. Ja, in dem wir irgendwo runtergefallen sind, wo wir nicht mehr hin können. Und zwar da, wo wir uns das Dings da gebaut haben. Das Erste. Hm. Aber da sind wir doch mit... In legalen Mitteln sind wir da doch hingegangen. Ja, mit legalen Mitteln. Aber manche Wege der Physik führen eben nur in eine Richtung. Oh, oh, oh. Der Herr Wissenschaftler. Und um mich zu verarschen, muss ich das hier nicht aufnehmen? Meine Herren. Flups. Ach, Smoothie, ey. Äh, wenn wir hier runterspringen, haben wir auch nichts gewonnen. Nö, das ist nur Wasser hier. Ich meine, da gibt's aber auch keinen Weg irgendwo hin. Was ist das da hinten? Ist das ein Spalt? Wahrscheinlich nicht. Nee, ist es nicht. Nein. Tschüss. Tschüss. Hm, ne, hier ist auch nix. Hm. Was würde ich jetzt dafür geben, dass ich diese 27 Baumstämme wegknallen könnte? Smooth an. Hallo? Smoothie? Smoothie Pudi? Sailor's Moon? Hallo? 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 Wah! Du bist doch noch voll weit weg. Du bist doch noch weit weg. Komm hierher. Ja, ich hab gedacht, ich... Du hast doch... Hast du meinen Namen nicht gesehen? Nein. Wieso nicht? Duck dich mal. Ja, wenn du dich duckst, ist er weg. Aha! Deswegen konnte ich... Ja, geil! Deswegen konnte ich dich vorhin ja auch so vernatzen. Meine, ich muss mal irgendwie das Feuer anmachen. Mir ist kalt. Sag dir, ich mach das Feuer an. Mir ist kalt. Na, die Wenya! Ich kenne auch keinen Menschen, der das richtig aussprechen kann oder weiß, was das heißt. Ja, außer Afrikaner vielleicht. Ja, aber die kennen den Film nicht. Böse. War das böse? Böse. Pfui. Böse. Pfui, Teivel. Das war... Aber... Dieses Spiel verarscht mich. Von vorne bis hinten. Zudem der Sound misst. Was hat mich eigentlich geritten? Komm, Sailor's Moon, wir rocken das jetzt. Ich will hier raus! Ich muss hier... raus! Ich halte den Scheiß nicht mehr aus! Boah, diese Höhle, die macht einen aber auch echt kirre. Kannst du nicht schneller schwimmen? Wer kam überhaupt auf die Idee, hier so eine... Dir ist kalt, du bist nass, bau ein Feuer! Du hast Hunger! Iss was! Wieso bist du schon da? Ich hab den aus dem Border angeschmissen. Oh! Einrastfunktion! Blackclaw has crashed! Fick dich! Quatsch! Quatsch! Nein, nicht Quatsch! Ach, du Scheiße! Alter! Smoot an Böse! Mal gucken. Mal gucken, ob das... Ob ich das einfach da dranhängen kann. Ich hab jetzt wieder angemacht. Okay. Ich krieg hier noch einen Vogel, echt. Komm mir was zu beißen. Da ist ein Kopf. Hey, aber immerhin ist jetzt dieses Achievement weg. Ja. Hat auch was für sich. Genau deshalb hat es das ja gemacht. Hoffentlich, hoffentlich kann ich... Hoffentlich kann ich das aus den anderen Dateien gebrauchen. Uruguay schmeißt Portugal aus der WM. Nee, echt? Ja, mit 2-1. Sind jetzt schon wieder Achtelfinals? Ja. Oh! Ich bin Major Kannibalismus. Herr Major? Oh, übel. Muss ich mir aufschreiben. So muss ich die Folge nennen. Major Kannibalismus. Ihr werdet wissen schon, ob ich dran gedacht hab oder nicht. So wie ich mich kenne, eher nicht. Hast du gegessen? Ja, hab ich. Ja, Mama. Weiter! Wir wollen hier raus! Grandale! Diese Scheißdinger sind wieder aufgebaut. Oh, aber ich hab ein Bein eingesammelt. Aber es muss doch hier irgendwo... Da führt ein Weg lang? Waren wir da schon mal? Möre? Ja, aber... Ich... Ich guck grad mal, ob ich... Alter, ist das laut! Das kann doch nicht sein. Dass wir diese verkackte Axt nicht finden. Hier kann man irgendwo hochklettern. Das gibt's doch gar nicht. Möre, bist... Du bist aber nicht hinter mir, ne? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich grad einen Weg gefunden habe. Wahrscheinlich nicht, aber... Es sieht nicht so aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Nee, ich komm hier auch nicht hoch. Hier ist so eine Höhlenmalerei. Und hier sind... Hier ist ein Topf Farbe. Hm, aber ich komm mal zu dir. Wenn ich finde, wo du langgegangen bist. Also, wir waren hier schon mal, aber ich... Es kann sein, dass... Wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Aber vielleicht... Vielleicht kommen wir hier wieder weg. Eben. Zumindest waren wir lange nicht mehr hier. Ich mach hier mal unser Feuer an. Mhm. So. Machen wir hier mal die ganzen Kisten kaputt. Hm. Ach, hier ist sowieso nichts drin. Hier sind noch ein paar Ärmchen und ein paar Beinchen. Hier ist wieder Wasser. Und es wird wieder laut. Und ich seh wieder nichts. Ja, verarsche! Geht's da weiter? Hm. Nee. Komm, Möhre! Mach dich immer ein bisschen schlank! Ja, toll. Oh, das ist auch schon wieder Ende der Folge. Scheiße. Toll! Das hat ja gut geklappt. Aber immerhin hab ich drei Stangen Dynamit gefunden. Und das ist schon mal gut. Muss ich wohl die Folge so nennen. Drei Stangen Dynamit, ja. Ja gut, dann... So ne Scheiße. Ich schwör's, in der nächsten Folge finden wir den Weg. Bestimmt. Genau. Vielleicht. Irgendwann. Irgendwann wird's soweit sein. Okay. In diesem Fall, äh, in diesem Sinne... Mach was Feines. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!